Nach ukrainischen Angaben war es einer der schlimmsten russischen Luftangriffe seit Kriegsbeginn. Ziel war unter anderem die Infrastruktur wie hier in Kiew, die Strom- und Wasserversorgung. Im ganzen Land heulten die Sirenen. Russland soll mehr als 100 Raketen verschiedener Typen und etwa 100 Kampfdrohnen iranischer Bauart eingesetzt haben. Auch im Süden und im Südosten der Ukraine kam es zum massiven Beschuss. Tote wurden in Lutsk im Westen der Ukraine, in Dnipro im Osten und in Saporizhia im Süden gemeldet. Schon gestern Abend hatte eine Rakete ein Hotel getroffen. Dabei war ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters ums Leben gekommen.